Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Filmkritik beim TeleStammtisch. In Zeiten des Klimawandels, wenn jeden Morgen Pendler mit ihrem Auto von A nach B fahren und dabei mehr CO2 ausstoßen, als uns allen recht sein kann, erzählt uns Regisseur Jormais Colesterat, der wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen wird, eine Geschichte eines Pendlers, der jeden Morgen zwischen seinem beschaulichen Ford und Manhattan hin und her fährt und lässt diese Geschichte am Ende ordentlich eskalieren. Meine Damen und Herren, willkommen zur Filmkritik von The Commuter, dem neuesten Film mit Liam Neeson. Wir können euch da nochmal gezielt angucken und ja, ein Stück weit spoilert der was, aber auch nicht so schlimm und da der Film im Ergebnis nichts ist, was man nicht irgendwie auch erwarten könnte, könnt ihr das schon mal machen. Am 11.01. diesen Jahres, also ziemlich genau diesen Donnerstag, kommt der neuste Film mit Liam Neeson in die deutschen Kinos. Mit einer Laufzeit von 105 Minuten erwartet uns ein Action-Thriller, der ziemlich genau das bietet, was man erwartet. Wir haben hier einen Charakter namens Michael McCauley. Michael McCauley ist ein liebender Familienvater, der jeden Cent zweimal umdrehen muss, um seine Familie eben durchzubringen. Es gibt hier die Hypothek abzuzahlen, da die Ausbildung des Sohns zu finanzieren und das ist alles nicht so easy. Er fährt jeden Morgen nach Manhattan, ist dort als Versicherungsmarkler tätig und er ist eben ein Pendler. Er fährt nicht mit dem Auto, sondern wird von seiner Frau zum nächstgelegenen Bahnhof gefahren. Dort steigt er in die Bahn und düst eben nach Manhattan und er macht seinen Job, abends kommt er zurück und das macht er ziemlich genau jeden Tag. Es gibt in der Öffnungsszene da sehr gut zu sehen, wie Michael McCauley, gespielt von Liam Neeson, eben jeden Morgen aufwacht, jeden Morgen geht das Radio an, es wird der Kaffee gekocht. Es gibt die Gespräche mit der Ehefrau, die da auch ganz unterschiedlich sind, also da ist eben mal der Streit dabei, da ist mal das liebevolle Gespräch dabei. Gespielt wird die Ehefrau Karen McCauley von Elizabeth McGovern und die hat aber nur eine kleine Rolle, die muss man nicht weiter erwähnen. Auch der Sohn Danny McCauley, gespielt von Dean Charles Chapman, ist jetzt nicht weiter der Rede wert. Und es gibt eine sehr coole Eröffnungssequenz, wo die dann eben, ja du siehst einfach sehr diesen Alltag, also dieser Alltagsgedanke, der steckt da sehr drin und der kommt auch sehr gut an. Eines Morgens und ohne Vorwarnung, er sitzt wieder im Zug und ist auf dem Weg zur Arbeit, setzt sich die mysteriöse Joanna zu ihm. Joanna stellt sich kurz vor, beziehungsweise versucht den Smalltalk mit ihm zu eröffnen und macht ihm ein Angebot, das merkwürdig ist, aber auch sehr verlockend. Denn sie bietet ihm, ich glaube es sind 100.000 Dollar, wenn er an Bord einen Passagier ausfindig machen kann, der dort nicht hingehört. Er weiß nicht viel mehr, als was der Name dieser Person ist und wo diese Person aussteigen wird. Er weiß allerdings nicht genau eben, wer das ist und muss diese Person ausfindig machen. Wenn er einwilligt, dann winkt ihm das große Geld und es sieht dann eben so aus, dass er als derjenige, der jetzt wirklich schon hier Tag ein, Tag aus mit dieser Bahn fährt, auch die anderen Pendler an Bord meistens kennt. Also teilweise auch eine engere Bindung schon aufgebaut hat zu diesen Personen, eigentlich am besten prädestiniert ist, rauszubekommen, wer eben jetzt hier an Bord diese unbekannte Person ist, dieser unbekannte Passagier. Und er soll eben diesen, ja quasi herausbekommen, wer das ist und dem so einen kleinen GPS-Tracker quasi an die Tasche heften. Die Person, diese Joanna, die ihm dieses Angebot macht, gespielt von der wunderbaren Vera Farmiga, ist anscheinend Teil einer größeren Verschwörung oder einer Organisation. Viel mehr Details will ich hier an der Stelle nicht verraten, nur eben klar machen, dass man, so wie man auch im Trailer sehen kann, hier mehr dahinter steckt als eine arme Irre, die irgendwie einen Typen unter Druck setzen möchte. Sondern hier gibt es eben also vermutlich eine größere Organisation und ja, die gute Frau hat dann effektiv gar nicht mehr so sehr viel Screentime, ist also dann irgendwann nicht mehr Teil der, also schon noch Teil der Handlung, aber wir sehen sie lange Zeit im Film nicht, nachdem sie eben aus dem Zug ausgestiegen ist. Es gibt eine ganze Menge weitere Charaktere, die wir hier unbedingt mal erwähnen müssen. Da wäre zum einen Alex Murphy, das ist der, ja einer der Freunde, wenn nicht sogar der beste Freund von unserem Hauptcharakter, Michael. Er ist Polizist, Michael ist übrigens auch ehemaliger Polizist und ja, die treffen sich eben, als der Michael dann seinen Job verliert. Das ist nämlich auch gleich zu Beginn der Anfangssequenz so, dass diese Geldsorgung sind also nicht nur sein eines Problem, er kriegt eines Tages von seinem Chef verfolgt, dass er jetzt eben auch seinen Job verlieren wird. Und naja, da bist du halt ziemlich geschockt, wenn er eigentlich nur ein paar in der Hypothek abzahlen musst. Er trifft sich also mit seinem Kumpel in der Bar, die trinken ein bisschen, praktischerweise kommt da auch gerade der ehemalige Vorgesetzte, Captain Hawthorne mit rein, gespielt vom wunderbaren Sam Neill, der hier auch einen klasse Job macht. Und ja, da entwickelt sich dann eben so ein kleines Konstrukt aus, aus ja, so Personen, die da alle eine Rolle spielen. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Personen an Bord, die da ja so als Nebencharakter auftauchen. Erwähnenswert wäre da der Jonathan Banks, spielt die Figur Walt. Jonathan Banks kennen wir ja jetzt unter anderem schon aus Breaking Bad. Und das ist so eine Art Kumpel von ihm, ja, ein alterer Herr, der so ein bisschen einfach für den Smalltalk am Morgen in der Bahn ganz gut da geeignet ist. Und noch jede Menge andere Personen, die da jetzt eine Rolle spielen. Aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten, von denen man mal gehört haben sollte. Einer, den ich so in der noch gar nicht in Verbindung gemacht hatte, ist nämlich ein Schauspieler, der mir auch aus Star Trek Discovery sehr bekannt vorkam. Aber das habe ich erst im Nachhinein, ist mir die Verbindung mit Discovery erst klar geworden. Und zwar reden wir von Chazette Latif, spielte den Vince. Ich möchte gar nichts zur Rolle selbst sagen, aber ich fand es irgendwie cool, den wiederzuerkennen. Das ist ja immer eine ganz tolle Geschichte. Ja, das ist auch diese Grundvoraussetzung. Wir haben eben diesen Michael. Michael hat jetzt dieses Angebot bekommen, diesen fremden Passagier zu finden. Und nimmt das Angebot auch an, realisiert aber erst im Anschluss, dass er auch diesen Passagier finden muss, sonst geht es seiner Familie schlecht. Die Frau, die ausgestiegen ist, diese Joanna, beziehungsweise die Organisation, die sie vertritt, die wiederum bedroht seine Familie. Keine Ahnung, wir sehen halt, es wird viel über Telefon und findet viel statt. Es gibt ja immer so eine, er kriegt immer so Anweisungen via Handy. Und ja, das ist ganz spannend zu sehen, wie er da in dieser Zwickmühle ist, zwischen ich steig jetzt aus und lass den ganzen Scheiß einfach links liegen und fuck, ich muss was machen, sonst töten sie meine Familie. Also das ist eine ganz tolle Situation und ein guter Star, ein guter Beginn. Ich will gar nicht so sehr auf die Details eingehen, was sich da alles noch versteckt an Handlungssträngen, denn tatsächlich verrät der Trailer schon recht viel. Und ich kann ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, warum man da schon Teile des Finales auch zeigt und vielleicht auch schon die Schwächen dieses Finales da ein bisschen thematisiert. Aber ja gut, also das, guckt euch mal den Trailer an, es entwickelt sich da wie gesagt so ein Action-Ding im Stile von anderen Filmen, wie wir sie von Liam Neeson auch kennen. Ja, da ist dann, also natürlich wird man sich immer ändern an die Taken-Reihe. Der Regisseur hat auch mit ihm zusammen schon non-stop gemacht, der wohl auf einem Flugzeug spielt. Und im Endeffekt ist das genau dasselbe. Es gibt ja also Liam Neeson, der muss die Welt bzw. die Leute am Zug retten. Und Liam Neeson sieht dabei so gut aus wie lang nicht mehr. Also der Typ ist irgendwas mit Mitte 60 und hat sich echt wacker gehalten. Die Action-Szenen bringt er sehr glaubhaft drüber, auch wenn sie extrem übertrieben sind. Es ist also schon so, dass er dann durchaus das eine oder andere Mal was aufs Maul bekommt oder austeilt, einsteigt, wie auch immer. Und das ist halt ein bisschen sehr over the top. Das muss man halt mögen. Ist halt auch ein Action-Film, wie ich ihn von Liam Neeson erwarte. Das ist also irgendwie dann ein Stück weit vorhersehbar. Aber man muss ja, wie gesagt, man muss das mögen. Das ist halt einfach eine Stilfrage und nicht für jeden geeignet. Neben Joanna, die da als mysteriöse Figur jetzt nicht so wahnsinnig viel Screentime bekommt, gibt es ja eben noch die ganzen anderen genannten Nebenfiguren. Die sind allesamt ganz nett, passen so ein bisschen aber auch in bekannte Schubladen und überraschend so kaum so, dass auch der eine oder andere Twist jetzt nicht so richtig überraschend daherkommt. Gerade wenn man dann irgendwann so ein bisschen die Geschichte verstanden hat und weiß, wer hinter der großen Verschwörung zumindest im Ansatz mit drin steckt, da ist dann auch nicht mehr so ganz so überraschend, wer denn jetzt der eigentliche Bösewicht ist, der sich da im Finale offenbart. Viel spannender finde ich, dass man durchaus den Zug, in dem das ganze Spiel auch als Charakter bezeichnen könnte. Denn der ist natürlich, es ist einfach ein Film, der im Wesentlichen in diesem Zug spielt. Ja, natürlich mit Fokus auf Liam Neeson. Und ja, der Kameramann leistet die ganze Arbeit, den Film aus all seinen Blickwinkeln und Perspektiven zu zeigen. Da ist also mal, wie kann man in so einem Zug unterwegs sein? Man kann da drin sitzen, man kann da drin stehen, man kann da drin laufen. Man kann zwischen den einzelnen Waggons unterwegs sein, man kann drunter hängen, man kann in irgendwelchen Schächten, ja da, also in dem Zug dann eben sein. Und das wird irgendwie alles auch genutzt. Das ist echt gut und natürlich muss da auch mal so ein Kopf aus einem Fenster gehalten werden. Und natürlich gibt es da auch mal eine Toilette, die man mal vor innen sieht. Also das finde ich irgendwie ganz gut. Das Setting ist überraschend gut. Also das genügt dem Film. Es ist nicht so, dass ich mich gelangweilt fühle. Es ist kein trauriges, einsames Kammerspiel, sondern durchaus eine gewisse Abwechslung da. Und es ist auch sehr glaubhaft, dass der Michael, der Hauptcharakter, sich da sehr gut auskennt. Also er weiß genau, worauf er achten muss, wo die Leute aber dann irgendwie aussteigen, in welche Tarifzonen dann welches Ticket haben, wie die gelöchert sind. Er weiß genau, wie die Mitarbeiter von diesem Zug drauf sind. Also wer da den Tickettypi macht, wer da für die Security zuständig ist, kann mit denen auch ein offenes Wort ja einfach sprechen und dafür sorgen, dass die dann das tun, was er will. Also das ist sehr glaubhaft und auch sehr gut geschrieben. Mir gefällt da das Setting so in der Form ganz gut. Die Eröffnungsszene hatte ich ja schon positiv erwähnt, die, glaube ich, sehr aufwendig geschnitten worden ist und die mir tatsächlich sogar ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, weil sie einfach diesen Alltag sehr gut protektiert und da auch einfach ein paar schöne Bilder dann zum Beispiel eben auch in der Mainstation von Manhattan da eben auch hat. Was mir leider nicht so gefällt und leider auch die Schwäche des Films ist, ist das eigentliche Finale. Es ist komplett drüber und wird, wie gesagt, im Trailer auch schon ein bisschen viel verraten, worum es geht. Und es ist tatsächlich so, dass das einfach auch ein ziemlich beschissenes CGI gekriegt hat. Das ist auch im Trailer ersichtlich. Es gibt da also zum einen die Szene, es gibt eine Sprungsszene. Ja, eine Person springt von einem Punkt zu einem anderen. Das sieht einfach beschissen aus. Der Winkel stimmt nicht. Die Flugsequenz selbst stimmt nicht. Dann schlägt diese Person irgendwie auf, überlebt es natürlich. Aber das sieht einfach kacke aus. Einfach ein bisschen billig. Das kann man im Trailer schon erahnen. Auch gibt es eine große Explosion am Ende des Finals. Auch das lässt sich aus dem Trailer schon sehen. Und ja, guckt es euch an. Ich fand es jetzt nicht so beeindruckend. Und ja, also das weiß ich nicht. Da hätte man dem Film durchaus einen Gefallen getan, es entweder deutlich einfacher zu stricken alles, das Finale, oder mehr Geld in die Effekte zu stecken. Denn die waren in der Form leider nichts. Ja, im Ergebnis ist The Commuter ziemlich genau das, was man erwartet hat. Es ist quasi more of the same. Der Filme, die man sich von Liam Neeson in seiner Action-Version eben so erträumt und erwünscht. Und das ist jetzt auch nicht grundsätzlich was Schlechtes. Er ist ein guter Action-Thriller. Er ist ein Stück weit auch unterhaltsam. Ich fühlte mich jetzt nie gelangweilt, weil er auch einfach recht schnell erzählt ist. Und er ist halt nur im Endeffekt ein bisschen vorhersehbar und so ein bisschen Standard. Also spätestens ab der Mitte des Films fällt ihm nichts Neues mehr ein. Und die eventuellen Twists sind jetzt irgendwie auch nicht so krass, dass ich sie als Herausstellungsmerkmal jetzt bezeichnen würde. Insofern kriegt der Film von mir drei von fünf Sternen. Ist sicherlich kein Highlight, aber für einen coolen Abend zu Hause mit ein paar Kumpels und einem Bier genügt er völlig. Ja, und wenn ihr natürlich anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, hier, das ist ein Riesenmeisterwerk und das muss man gesehen haben, dann sagt mir doch mal Bescheid und schreibt mir auf Facebook, Twitter oder im Geekbook auf geekwisper.de. Diese drei von fünf Sterne sind ja sicherlich jetzt nicht die schlechteste Bewertung, die so ein Film bekommen kann. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch viel Spaß bei The Commuter. Ciao. Applaus